Herzlich willkommen zu Photoshop in 30 Sekunden. Heute geht es um das Thema Schwarz-Weiß. Ich zeige dir jetzt einfach mal meinen ganz persönlichen Weg, wie ich in Photoshop ein Bild Schwarz-Weiß mache. Da gibt es 100 verschiedene Möglichkeiten, aber ich zeige dir einfach mal, wie ich es mache. Und dazu gehe ich in die Korrekturenpalette und wähle Manöre und Staurende die Schwarz-Weiß-Korrektur. Und der große Vorteil ist hier einfach, dass wir jetzt nochmal 6 verschiedene Farbkanäle einzeln ansteuern können und diese in der Luminanz, also in der Helligkeit, verstellen können. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Blautöne verändern möchte, zum Beispiel dunkler machen möchte, dann nehme ich hier einfach diesen Regler und schiebe ihn nach links. Und ihr seht auch schon im Himmel, jetzt wird das Ganze etwas dunkler. Das Ganze sollte man aber nicht übertreiben, denn ihr seht auch schon, dass wenn ich das hier zu doll mache, dann gibt es hier so eklige Teilabrisse von der Farbe und deswegen sollte man das immer relativ dezent anwenden. Aber wie gesagt, das ist mein Weg, wie ich ein Bild Schwarz-Weiß bekomme. Ich kann jetzt hier das ganze Bild mal noch ein bisschen verändern, so wie ich das gerne hätte. Die Stadt unten sollte ein bisschen heller sein, deswegen nehme ich hier die Rottöne ein bisschen rein, die Gelbtöne ein bisschen und die Blautöne ein bisschen weiter runter. So sieht mein Weg aus, wie ich ein Bild Schwarz-Weiß mache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für weitere Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Erarbeiten. Ciao. Ciao.